Catrice, wir müssen mal ganz ernstes Wort reden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen geheimnisvoll, denn ich habe zufälligerweise bei Instagram etwas gesehen, was uns unsere liebste Freundin Catrice vorenthalten hat. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen und ich möchte vor allen Dingen die beiden Produkte ausprobieren, um herauszufinden, warum sind diese Produkte ein bisschen unter unserem Radar geflogen. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche oder einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch eine schöne Zeit liefern kann. Ich habe neulich ganz zufällig tatsächlich bei Catrice diese beiden Schätzchen gesehen. Zwei XXL Lidschattenpaletten, von denen wir höchstwahrscheinlich alle nichts mitbekommen haben. Selbst ich nicht. Ich bin schock gewesen, denn ich glaube, dass diese beiden Schätzchen hier ziemlich vielen von uns gefallen werden. Wir haben hier die Rainforest Haze Eyeshadow Palette mit wunderschönen grünen Tönen und die Sandy Haze Palette. Eigentlich waren die Produkte, glaube ich, für Amerika gemacht, sind jetzt aber auch hier in Deutschland online verfügbar. Also sie gibt es nicht stationär. Das ist eine Online-Exclusive-Kollektion, würde ich sie jetzt mal betiteln. Und wir schauen mal, was die können. Die sind nämlich ein bisschen besonders. Es sind eher Schimmertöne mit drin, aber meiner Meinung nach ganz besondere. Und die werden wir heute ausprobieren. Zuallererst ist mir ganz besonders wichtig, dass dieses Video nicht in Zusammenarbeit mit Catrice entsteht. Einfach, dass ihr es nochmal von mir gehört habt. Ich habe kein Geld für die Produkte bekommen oder ich habe kein Geld dafür bekommen, dass ich dieses Video mache. Und ihr kennt mich, egal in welcher Beziehung ich zu einer Marke stehe. Ich bin ehrlich mit euch. Und selbst wenn mir die beiden Produkte jetzt nicht gefallen werden, ihr werdet sehen und ich werde es auch sagen. Wir werden auf jeder Seite einen Look mit den beiden Produkten schminken. Und ich zeige euch mal die Palette von Namen. Wir haben in der Rainforest Haze Palette zwölf Farben drin, wovon drei meines ersten Blickes nach matt sind. Wir haben einen sehr, sehr hellen Ton, einen leichteren Cremeton und einen schönen blau-grünen Ton, nämlich Waterfall. Dann haben wir ganz viele verschiedene schimmernde Grüntöne mit drin, die ich so in einer Drogerie Palette, in der Vielzahl vor allen Dingen, auch noch nicht gesehen habe. Erster Eindruck, sehr, sehr schön. Auch das Packaging an sich gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben alles so ein bisschen in Grün gehalten. Ihr wisst es, ich liebe Grün. Grün ist einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Und ich finde vor allen Dingen, dass grüne Farbe ist, die sehr unterschätzt wird als Lidschatten. Auf der anderen Seite haben wir die Sandy Days Palette. Auch hier haben wir drei matte Farben mit drin und wieder eine Vielzahl an Schimmertönen. Vor allen Dingen finde ich diese beiden Goldtöne hier außen ganz spannend. Und wir schauen mal, was man damit machen kann. Ihr wisst es, ich bin üblicherweise nicht so der größte Freund von fast nur Schimmertönen, weil ich finde, dass das irgendwann immer so ein bisschen unordentlich aussehen kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass man damit sehr reduzierte Looks machen kann, die einen ganz besonderen Effekt haben. Das probieren wir einfach mal aus und da habe ich einfach ein bisschen Lust drauf, mit euch Make-up auszuprobieren, was nicht halt überall ist. Mein Content ist ja schon sehr Drogerie-Neuheiten-lastig und du klickst auf YouTube und siehst 25.000 Mal denselben Adventskalender. Und ich probiere euch dann doch noch mal so ein bisschen was anderes zu zeigen. Ich blende euch hier einmal ein paar Swatches der Rainforest Haze Palette ein. Tatsache sind die Schimmertöne extrem cremig, also ganz, 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 ganz weich. Und ich muss auch sagen, seit zwei Jahren ungefähr ist mir aufgefallen, dass Catrice und Essence, die gehören ja mehr oder weniger zusammen, eine ganz andere Qualität an Lidschatten haben. Also das muss man immer so ein bisschen schauen, was Catrice und Essence immer sehr, sehr gut konnten, sind Creme-Produkte und Face-Produkte. Lidschatten konnte Catrice eigentlich auch schon sehr, sehr gut, aber es hat sich doch noch mal was geändert. Und das merkt man auch in der Formulierung. Sie fühlt sich wesentlich hochwertiger an und sehr luxuriös. Also wenn du auch wirklich mit dem Finger in den Lidschatten gehst, dann merkst du wirklich den Unterschied. Genauso wie in der Sandy Haze Palette, Let the Desert Set You Free. Auch hier sind die Schimmertöne ganz besonders. Sie sind so ein bisschen Duochrom. Also das ist nicht so ein klassischer goldener Schimmer, gibt es auch, aber vor allen Dingen die Farbe Sandstone, das ist dieser gräuliche Schimmerton, sieht extrem schön aus. Und ich glaube, dass man die Paletten sehr, sehr gut als ergänzende Paletten nutzen kann. Beide Paletten kosten jeweils 9,99 Euro. Und wo ich sagen muss, das ist ein extrem guter Preis, gerade weil die Fändchen auch sehr groß sind. Also es ist ein etwas größeres Fändchen als die üblichen Fändchen von Catrice. Und wir starten einfach mal mit dem grünen Look. Ich habe mal so ein bisschen das Licht hier umgestellt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das besser gefällt. Ich habe jetzt wirklich von beiden Seiten Licht, dass mein Gesicht auch nochmal so ein bisschen anders ausgeleuchtet ist. Wir starten erstmal mit einem fluffigen Blendepinsel und ich gehe in die Farbe Waterfall. Das ist dieser grüne Ton hier in der Mitte. Darken Kickback und sieht auf dem Pinsel tatsächlich so ein bisschen petrolmäßig aus. Deswegen setzen wir uns jetzt einfach mal auf eine gesettete Base und schauen, was die Farbe so kann. Okay, also ich merke sofort, dass die Farbe nicht so pudrig ist. Das ist nicht so ein trockener Lidschatten, sondern der ist ein bisschen cremiger von der Textur her. Und er sieht auf dem Auge auch ein bisschen bläulicher aus als im Fändchen, muss ich sagen. Gefällt mir Tatsache extrem gut, weil es halt nicht so eine Boring-Palette ist. Also ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie die Schimmertöne gleich performen werden. Ich habe jetzt natürlich einen sehr reduzierten Look, aber ich glaube, dass man damit einfach sehr, sehr schöne Highlights setzen kann. Extrem schöne Farbe, muss ich sagen. Mit einem sauberen Pinsel gehe ich in die Farbe Tranquil. Das ist so ein heller Ton und was ich damit immer ganz gerne mache, die Farbe hier unten hätte ich jetzt beispielsweise gar nicht gebraucht. Du kannst damit so ein bisschen die Farben, die du hast, die matten Farben, noch ein bisschen aufhellen. Und hast dadurch dann hier oben, wenn ich hier rüber gehe, noch mal einen weicheren Blend. Wenn du eine oder nur eine oder wenige matte Farben hast, die in derselben Farbkategorie sind, kannst du die Farbe, die du hast, mit diesen weißen Tönen tatsächlich immer so ein bisschen ausblenden. Und da seht ihr jetzt auch, wie weich sich der Ton tatsächlich direkt verblenden lässt. Wunder, wunderschöne Farbe. Die geht tatsächlich eher so ein bisschen in dieses Algengrün, würde ich sagen. Also es ist nicht so ein Waldgrün, sondern eher so ein Algengrün. Ich würde mir jetzt mal keine Cutcrease ziehen erstmal. Wir probieren das Ganze mal so aus. Ich nehme hier einen flachen Pinsel und wir starten mit diesem Grün hier. Das ist so ein richtig schöner, knalliger Grünton. Ich klopfe den einmal ab und setze mir den hier ins Zentrum. Ich probiere jetzt wirklich so viele Farben für euch, wie es geht, reinzusetzen. Der sieht auf dem Auge sehr, 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 sehr leuchtend aus. Oh ja, krass. Ich nehme den selben Pinsel und gehe in diesen goldenen Ton Tropical. Und der ist von der Textur her auch noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied gleich auf dem Auge sehen werdet. Der ist eher ein bisschen glatter von der Textur her. Und dann mische ich mir ganz vorne die Farbe Exotic rein und ziehe damit die Cutcrease so ein bisschen länger. Und jetzt seht ihr, habe ich so einen fast dreidimensionalen Schimmereffekt von Gold zu Grün. Und hier oben trennt sich die Farbe Exotic nochmal so ein bisschen die Crease ab. Ich muss sagen, das gefällt mir gerade ganz gut, weil der sehr, sehr cremig ist. Ich nehme den jetzt nochmal. Wie gesagt, ich habe die Pinsel jetzt nicht nass gemacht. Könnte man, muss man aber nicht. Jetzt nehme ich hier so ein Pencil Brush. Ich will wirklich alle Farben benutzen irgendwie. Und gehe in die Farbe Rether. Das ist hier so ein ganz, ganz dunkler, grüner Schimmerton, der aber so blaue Pigmente mit drin hat. Und den setze ich mir hier außen hin. Und mische dann immer so ein bisschen die verschiedenen Grüntöne hier nach außen. Wahnsinnig schön. Schaut euch bitte mal diese Schimmerfarben an. Das ist ein extremer Schimmereffekt. Also ihr seht den Unterschied. Hier zum Beispiel der untere Ton ist so ein bisschen multidimensional. Der hat noch ein bisschen Gold mit drin. Der hier in der Mitte ist ein purer, ganz ebenmäßiger Silberton. First Impression von der Palette. Das sind sehr besondere Farben. Also nicht so dieses klassische Rot-Braun, sondern eher ein bisschen was Gewagteres, die man sehr gut mit anderen Paletten wahrscheinlich kombinieren kann. Ich mache mal den unteren Wimpernkranz und gehe dann ganz außen hier in die Farbe Earth. Das ist so ein richtig dunkler Brauntone. Dann setze ich mich hier außen nur so ein bisschen, ja einfach um die untere Wasserlinie so ein bisschen zu definieren. Auf meine Wasserlinie. Pfandkuchen langweilig. Und Meerjungfrau in the wild. Was sagt ihr? Wie gefällt euch die Palette? Wie findet ihr diese Palette? Ich glaube, weil das ist etwas, was man halt nicht so oft von Drogerie-Brands sieht. Die Sandy Days Palette ist eine übliche, schöne, schimmernde Palette. Aber auch hier, ich muss einmal in... Wow, Sandstorm. Und Sunkist. Alleine diese drei Farben hier. Das ist von der Textur her was anderes als das, was ihr kennt. So ein bisschen die Farbe. Ja, die Five in the Box Shadows, die Schimmertöne in den Five in the Box Shadows als Schimmerton. Und ich glaube, dass ich mit der Sandy Days Palette jetzt wirklich den langweiligsten Look überhaupt schminken möchte. In Anführungszeichen. Weil ich glaube, dass man mit diesen Schimmertönen extrem viel arbeiten kann. Ich nehme mir einen fluffigen Berlende Pinsel und gehe erstmal in die Farbe Bronzed. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin, weil sie sehr orange aussieht. Aber es geht. Sie ist auch dunkler als gedacht auf meinem Auge. Und wie gesagt, wenn ihr beispielsweise eine weiße oder eine sehr, sehr helle Base benutzt, dann glaube ich, könnt ihr da noch ein bisschen mehr machen. Sie ist jetzt auch nicht so intensiv wie beispielsweise das Grün. Das würde ich jetzt aber vermuten, liegt in der Natur dieser einzelnen Farbe. Wobei doch, ihr seht sie. Das erzähle ich euch. Das ist immer so ein bisschen verrückt, weil ich hier sehr, sehr viel Licht habe vor mir. Und es dann immer nicht ganz so einschätzen kann, wie ihr das seht in der Kamera. Und ich das dann meistens im Nachhinein beim Schnitt sehe. Und ich denke mir so, hey doch, du siehst alles. Die Farben sind selbstverständlich alle vegan. Also beide Paletten sind vegan. Und für 9,99 Euro hat man da wirklich einen guten Preis, Leistungsschnitt. Das sind zwölf Farben mit drin. Und ich glaube, dass man damit ganz schön viel machen kann. Die Farbe blende ich mir einfach richtig schön weit aus auch. Ich möchte die so ein bisschen in meinen Tarn mit einblenden. Ich finde, das funktioniert mit diesen brauneren Shades immer ganz gut. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt nochmal in die Farbe Days. Und setze mir die nur hier außen hin, einfach um so ein bisschen Schatten zu erzeugen. Das könnte ich mir vorstellen, ist auch eine sehr, sehr gute Augenbrauenfarbe. Wenn ihr sehr, 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 sehr helle Haare habt vielleicht. Weil die so ein bisschen in die kühlere, braune Richtung geht. Und ihr könnt sehen, wenn ich richtig reingehe, kommt kaum Kickback. Und das ist bei mattentönen sehr, sehr selten. Eigentlich würde das Ganze auch so schon gehen. Ihr könntet das Ganze wahrscheinlich jetzt noch intensivieren mit einer dunkleren braunen Farbe. Möchte ich jetzt probieren mit einem Schimmerton Infinite. Das ist so ein richtig schöner dunkler Ton. Und den setze ich mir nur hier außen hin und probiere so ein bisschen den Schimmerton oder den Schimmeranteil daraus wegzublenden. Einfach, ja, geht. Für so ein bisschen Tiefe. Also ein Lidschatten besteht ja aus verschiedenen Schichten. Ihr habt einmal eine matte Base, die die Farbe gibt. Und dann nochmal den Schimmer, der den Shine-Effekt gibt. Und ich probiere jetzt nur mit einer leichten Hand diesen braunen Anteil daraus zu nehmen. Und ihr seht, das funktioniert. Also man sieht jetzt nicht so einen krassen Schimmer-Effekt. Nice! Wir probieren jetzt mal, ganz, ganz vorne in diesen Ton reinzugehen. Der ist ja so extrem cremig gerade gewesen. Und damit probiere ich mir jetzt so eine Cut-Crease zu setzen. Und setze den einfach hier vorne drauf. Uh, richtig schön gelb. Gehe dann in die Farbe da drüber und probiere wirklich so ein... Probiert das mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit verschiedenen Schimmertönen zu arbeiten, dass ihr auch wirklich viele Schimmertöne benutzt, weil die dann so einen Gradient-Effekt bekommt. Dann wechsle ich in die Farbe Heat. Und ich drehe den Pinsel auch nicht, ne? Also ich nehme immer die Farbe von vorher immer so ein bisschen mit. Blende das hier rein. Und außen gehen wir in Dune. Jetzt verdunkele ich mir die Crease nochmal ein bisschen mit Infinite. Einfach um hier wirklich was für so einen Liner zu haben. Dafür, dass ich eigentlich nur anderthalb matte Töne benutzt habe, gefällt mir das richtig, richtig gut. Was sagen wir? Ich bin ein bisschen schock. Tatsächlich habe ich damit gar nicht gerechnet. Und ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, welche Seite mir besser gefällt. Gerade bin ich sogar auf dieser Seite, weil sie einfach so sehr, sehr simpel ist, ne? Und nicht so aufwendig aussieht, sondern so... Ah, er hat ein paar Schimmertöne auf sein Auge gegeben und sieht snatched aus. Das ist aber nochmal eine ganz, ganz andere Ebene an Farben. Und ich schließe das Ganze mal kurz mit Lashes und Lippen ab und bin gleich wieder da. Und das ist einmal der fertige Look mit den beiden geheimen Catrice-Produkten. Ich muss sagen, mir gefallen beide Seiten extrem gut. Ich habe tatsächlich nichts daran auszusetzen, weil du vorher ja schon weißt, es ist ja nicht so, dass du... Das sollte man vielleicht ein bisschen beachten. Du weißt ja vorher, dass da viele Schimmertöne mit drin sind. Aber du kannst trotzdem damit tragbare Looks machen. Also ich finde, keiner der beiden Looks ist jetzt so avantgarde oder so übertrieben ausgefallen, dass man sich damit so ein bisschen verkleidet fühlt. Mit einer zarteren Lippe würde das Ganze wahrscheinlich mit dieser Seite noch schöner aussehen. Ich glaube aber, dass ihr damit viele, viele Sachen machen könnt und vor allen Dingen zu eurer bestehenden Kollektion viel dazu packen könnt. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den beiden Lidschattenpaletten sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und dann bin ich ganz gespannt, was ihr schreibt. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!